ja und somit herzlich willkommen zu diesem neuen reaction wieder hier auf dem kanal heute schauen wir uns ein video zu cyberpunk phantom liberty an tour around the black market heisst das da wird uns wohl ein bisschen der schwarzmarkt näher gebracht der es ja in diesem DLC geben wird und ich würde sagen wir schauen uns das ganze einfach mal an ich bin gespannt ich habe das video glaube ich selber noch nicht gesehen und daher los geht's heute übrigens auch mal mit hello everyone i'm really excited to welcome you to this exclusive xbox tour over black market one of the locations in dogtown that you are going to be able to explore in cyberpunk 2077 phantom liberty as you can see dogtown welcomes you with an open arms this is black market a location where you as a player as a mercenary you can obtain unique cyberware and weapons things that you cannot find anywhere in this world dogtown is a part of night city but has its own very distinct look and vibe it's outside of the jurisdiction of ncpd attracting all kinds of eccentrics and dangerous characters right now it's a show of looking then never seen anything like that when man da waffen herbekommen die man sonst nicht in der stilie kaufen kann you mean this ain't seen nothing yet check this out we have put a lot of work into making the world feel more alive small scenes secrets to find easter eggs make this place feel more vibrant and more believable but what's inescapable in dogtown is kurt hansen kurt is a leader of borges militia who rules dogtown of an iron fist a really nice guy as you can see the black market also is a place where you can find new illegal weapons and goods they are some of the most powerful items in the world but are often much more dangerous to use and use cyberware capacity system which leads you to push your body to the limit and give you new abilities to deliver more thrilling gameplay experiences like the air dash or the ability to see the enemies through the walls or change your appearance to lose the heat the borges is the authorities of dogtown and they are more dangerous than animals wait 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 change your appearance to Ich weiss grad nicht mehr was er gesagt hat, aber man kann sich Sachen kaufen um das Aussehen zu verändern und die Vervolge loszuwerden. Hört sich sehr interessant an. Dann wird es so etwas wie Facewap geben, wie man das ja im Trailer gesehen hat. Das finde ich gut. Das Team hat passionately gearbeitet, um dir eine deeper und sinnvolle Erfahrung zu geben. Und ich kann wirklich nicht warten, um dich mehr zu finden, dieses September zu finden. Bis zum nächsten Mal. Ja. 26.09. Phantom Liberty. Okay. Wie schon gesagt, ich werde das Spiel dann wahrscheinlich, nachdem das Phantom Liberty DLC draussen ist, neu anfangen. Hoffentlich auch mit einer besseren Grafikkarte. Mal schauen, ich hoffe es zumindest. Weil das wird ja so ein bisschen Reboot der ganzen Cyberpunk Serie sein. Von daher finde ich das eigentlich recht gelegen, um das Spiel neu zu starten. Das eigentlich schon sehr Spass macht. Also jetzt ja schon. Aber wenn dann diese Änderungen mit ins Spiel hinein kommen, dann glaube ich wird das nochmals viel besser werden. Aber der Black Market sah ziemlich spannend aus, finde ich. Hat so ein bisschen einen anderen Vibe. Fängt auch so ein bisschen die Gefahr mit sich. Vielleicht auch Waffen zu kaufen, die eben illegal sind und man dann noch eher von der Polizei verfolgt wird. Wer weiss. Aber es sieht sehr interessant aus. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.